Gehen wir in die Stadt wieder und lasst uns heilen, Leute. Dankeschön. Aber es ist schön, wir haben auch bald wieder das nächste, also das, also richtiges, das System gefällt mir, Leute, das ist neu. So, weg. Als nächstes würde ich gerne unseren Schaden aufstocken. Aua. Sind da drei Spinnen? Egal, wir gehen einfach raus. Au, da bin ich zu nahe herangelaufen. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir das hier schon hatten. Wir gehen hier einfach mal weiter. Da verfolgen uns die Monster. Oh, was ist denn das hier? Gehen wir nach rechts. Au. Ja. Super. So, jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir noch auf dem Weg nach oben oder unten waren. Da oben ist eine Höhle. So, das hatten wir ja schon. Das Stückchen Wald dort. Da springen wir jetzt einfach mal drüber. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich auf dem Weg nach oben oder unten war. Aber egal, wir gehen einfach mal nach oben. Ich glaube, wir waren auf dem Weg nach oben. Jetzt sind wir auf dem Weg nach unten. Das muss ich mir merken. So. So. Und wieder ein Monster auf der Straße. Da kommt ja keins. Da rechts war eine Fe... egal. Ja. So, hier waren wir auf dem Weg nach oben. Da wären jetzt zwei Feen gewesen. Aber egal. Oh, wir gehen einfach raus. Schwache Gegner. Was ist das gerade gesprungen? Lol. So, wir gehen hier einfach mal einmal drum rum. In die Höhle, da möchte ich jetzt noch nicht. Ich möchte erst bis um das Gebirge einmal herum. Magie. Bringt zu uns zwar nichts, aber egal. So, ich glaube, ich möchte auch heute hier mal um den See herum. Der war schneller als wir. Ich glaube, das ist auch eine Höhle. Ich glaube, das ist auch eine Höhle. Also, wir haben jetzt drei Höhlen gefunden. Ein Dorf, ein Felsblock und natürlich da, wo die Prinzessin Zelda schläft. Oh. Den habe ich aus Versehen einmal nach rechts gedrückt. So, ich glaube, wir waren auf dem Weg nach oben. Ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem Weg nach oben. Also, ich bin auf dem Weg nach oben. Okay, wir sind gestorben. Game over. Return of Ganon. Na toll. Continue. Mist. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wo wir waren. Und... Okay. Wir müssen wieder bei 0 von 100 anfangen. Wir hatten es fast voll, Leute. Oh, okay. Einmal raus. Wir sind die Mut. Das ist schade. So, dann gehen wir jetzt dieses Mal oberhalb des Sees entlang. Mist. Ich gehe einfach mal nach links. Also, ich merke, diese Wüsten mag ich nicht, Leute. Nee, halt in der Wüste hieß es doch, wir sollen uns in den Zauber benutzen, oder? Hätte ich machen sollen. Mache ich das nächste Mal. So, gibt uns alles Punkte, Leute. Ich glaube, wir waren noch den Weg nach oben. Nicht nach unten. Aber schon wieder am selben Fleck. Wir gehen einfach. Nach oben. Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Das Schild. Das heißt, weiß ich nicht mehr, waren wir auf dem Weg nach oben oder unten? Ich habe es mir schon wieder nicht gemerkt. Nein! Ach, komm, das war noch nicht mehr zu sehen. Das war jetzt unfair, Leute, oder? Au. Zehn Punkte. Okay, das war jetzt irgendwie seltsam. Hier hieß es mal, wenn ich mich nach unten gedrückt habe und geschlagen habe. Er hatte sich automatisch nach rechts gedreht. Die geben ja keine Punkte. So, ich weiß schon wieder nicht, ob wir nach oben oder unten unterwegs waren. Aber jetzt weiß ich, dass wir nach oben unterwegs waren. Das ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so gut. So. Ach komm, wir hätten es fast geschafft. Okay, und hier waren wir ja schon mal. Dann gehen wir jetzt da entlang. Okay. Also, diese Orks geben irgendwie gar keinen Schaden. Magie haben wir voll, also egal. Das ist echt blöd, dass die keine Erfahrung geben, Leute, die Orks. Hier geben wir wenigstens zwei. Aber die Orks gar keinen. Wenigstens einer wäre toll. Ach, gehen wir einfach. Okay. Als nächstes, was machen wir wohl? Magie? Leben? Keine Ahnung. Wir gehen halt einfach. Kann ich da vielleicht weiter nach links? Nein. Okay. Schade. Halt. Blödes Ding. Okay. 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 Da ist noch ein Dorf. Da könnten wir mal reinsehen. Ich habe auch nur zwei Punkte. Ich habe ja volle Magie. Okay. 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 Gehen wir diese Höhlen mal rein? Oder hier? Oder einfach weiter? Okay, Leute. Wir haben diesen Abschnitt hier komplett erkundet. Jetzt. Dann gehen wir mal in dieses Dorf da oben. Mal sehen, was das ist. Town of Ruto. Oh, gerne. Hammer? Spectacular Rock. Death Martin. Sorry. No nothing. Schade. Äh, so. Du wolltest mir helfen? Ich kann dein Leben restaurieren. Dankeschön. Stopp and rest here. Ich kann dir Magie geben. Cool, danke. Hm, die hatten wir schon. Oh, die hatten wir noch nicht. Hallo. Okay, die hatten wir schon. Gehen wir da mal rein. Ich bin Error. Hi, Error. Er ist Fehler. Okay. Find Magie in a cave south of the castle. Aha. Du bist doch da gerade rausgekommen, oder? Hm. Na ja, gib mir da rein. Gehen wir da rein. Okay. Okay. Gehen wir da rein. Okay. Gehen wir da rein. Kerze. Keine Kerze. Town of Ruto. I am much too busy to talk to a stranger. Okay. Okay, also wir sollten nicht in die Höhle da gehen. Wo gehen wir denn dann hin? Gehen wir mal in die Wüste. Wir haben mal einen Zauber für die Wüste bekommen, also gehen wir mal in die Wüste. Ich möchte den Zauber benutzen. Geht irgendwie nicht. Da ist die Fledemaus. Toll. Wir brauchen eine Kerze. Wo kriegen wir eine Kerze her? Wir gehen auf meinen Wald, Leute. Ich will wissen, ob dann die 50 Teile da nochmal da sind. Ne, sind nicht mehr da. Schade. Wäre auch zu geil gewesen. Okay. Was machen wir denn dann jetzt? In die Höhle können wir nicht gehen. Wir haben keinen Hammer. Wir waren schon in der Höhle, in der Höhle. Gehen wir mal in die dritte Höhle. Und in der vor der vierten wurden ja gewarnt, dass wir da nicht hin sollen. Ohne eine Kerze. Wo kriegen wir also die Kerze her? Hm. Wir haben ja auch in der Höhle. Hm. Geh mir mal da rein. Auch dunkel. Da seh ich irgendwas. Darf ich irgendwas... Hm. Die sieht man ganz knapp am Boden krabbeln. Au. Magic, juhu. Toll. Okay, wir haben diese Höhle durch, Leute. Wir speichern mal. Wir haben also mehr Magie. Woher kriegen wir die Facke? Moment mal, war nicht in jeder Stadt ein weißer Mann? Wir haben den weißen Mann links noch nicht gefunden. Die müssen wir finden, Leute. Vielleicht kommt man irgendwie in die andere Hütte auch rein. Ich möchte jetzt in jedes Haus. Die da hält uns, die hält uns. Da waren wir drin. Okay. Da kommen wir nicht rein. Da waren wir drin. Oder waren wir da drin? Ja. Wie kommen wir da rein? Hm. Vielleicht können wir in jede Hütte, wenn wir bestimmte Bedingungen erfüllt haben. Hm. Okay. Wo gehen wir als nächstes hin, Leute? Nein. Da habe ich mal kurz nicht aufgepasst, sondern passiert sowas. Da kann ich nicht... So. So, dich nehme ich noch mit. Nichts. Okay. Bis zum nächsten Mal.